Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Durch die Zander gelaufen sein. Also, lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das so hören, Sie hier schwören? Oh mein Gott, das ist mein Chef. Ich brauche da an den Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe ja ein Date. Das ist der... Leiterspricht, hm? Machst du das hier? Nein, 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 nein. Nichts, bitte, bitte. Komm mal. Nicht vorbereiten das Geld. Du machst sie jetzt mal hübsch. Mach dich frisch, zieh dich an. Komm, zack. Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Das ist egal. Hier, das für dich. So kann ich nicht rumlaufen. Ich sehe aus, wie er... Du siehst sexy aus. Verdammt nochmal. Das weißt du ganz genau. Stell ich mal nicht so an. Vielleicht fällt's auf. Verzeihung. Gut, gut. Ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein. Ich war mit was sehr wichtig und beschäftigt. Oh, bitte erspare es mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Ja, dann hättest du mich nicht anrufen können.